Also diese Auszeichnung hat eine große Bedeutung für uns, weil wir bei sowas wirklich noch nie ansatzweise mitgemacht haben. Für uns ist es komplett Neuland wahr und wir es wirklich recht oder ziemlich schön finden, jetzt da einen Preis bekommen zu haben. Also ich glaube, unserem Unternehmen, also wir sind ja in der Bergbaubranche unterwegs, hilft es, dieses angestaubte Bergbau-Image ein bisschen abzulegen und auch bei der Mitarbeiterfindung uns zu unterstützen. Und als Werbefilmfirma bringt natürlich das auch, wieder ein schönes Sprungbrett nach vorne, neue Kontakte zu knüpfen und einfach nach vorne zu kommen.